Im kommenden September ist es wieder soweit, unsere Padele Pagenberg IP Akademie startet. Das ist ein zweijähriges Ausbildungsprogramm, in dem alle für den gewerblichen Rechtsschutz relevanten Schutzrechte abgehandelt werden. Sie richtet sich an junge Patentanwälte, junge Rechtsanwälte, aber auch Referendare und Kandidaten. In den Vorlesungen der IP Akademie werden nicht nur rechtliche Grundlagen vermittelt, sondern diese auch anhand von praktischen Übungen vertieft. Unsere Referenten sind dabei namhafte Experten auf ihrem jeweiligen Fachgebiet und sie geben ihre Tipps und Erfahrungen und Insider-Informationen gerne an sie weiter. Ja, zum einen gibt es da die Partner und Senior Consultants unserer Kanzlei, die auf ihren jeweiligen Spezialgebieten für sie Veranstaltungen machen werden. Zum anderen haben wir aber auch einige namhafte externe Referenten dabei, beispielsweise hochrangige Vertreter aus bekannten Industrieunternehmen, aber auch aktuell tätige und ehemalige Richter- und Beschwerdekammermitglieder, beispielsweise den ehemaligen Vorsitzenden des Patentsenats des Bundesgerichtshofs. Und in den wöchentlich stattfindenden Abendseminaren, immer mittwochs um 18 Uhr, hier bei uns in der Kanzlei, werden alle Themen des gewerblichen Rechtsschutzes behandelt. Angefangen vom Patentrecht, Designrecht, Markenrecht aus europäischer und aus deutscher Sicht bis hin zu anderen Themen wie UWG und auch immer wieder Sonderveranstaltungen zu aktuellen Themen wie Kartellrecht, Friend, Einwand oder dem Einheits-Patent-Gericht. Ja, los geht's am Mittwoch, den 11. September um 18 Uhr mit der Einführungsveranstaltung Gegenstand der Immaterialgüterrechte. Als Referenten haben wir einen sehr namhaften hier, den Herrn Prof. Dr. von Mühlendal, dem ehemaligen Vizepräsidenten des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum. Für diese Veranstaltung genauso für alle folgenden gilt, dass der Veranstaltungsort immer hier unsere Kanzleiräume in München sind, am Prinzegentenplatz 7. Alle Veranstaltungen werden aber auch live im Internet gestreamt, sodass also wenn Sie nicht hier vor Ort sein können, das auch kein Problem ist. Auch wenn Sie es zeitlich nicht schaffen sollten, ist es kein Problem, denn die Streams werden jeweils bei uns auf der Webseite gespeichert, sodass Sie die jederzeit auch zeitversetzt abrufen können. Und zum Abschluss noch eine nette Information. Die Teilnahme ist kostenfrei. Teilnehmen kann also jeder, der interessiert ist und sich registriert. Das kann man ab sofort machen auf unserer Webseite www.badele.de unter IP Akademie. Wir freuen uns, wenn Sie kommen. Los geht's am 11. September. Bis zum nächsten Mal.